Ja, zum Feierabend heute am Sonntag hier in Bad Oldesloh melden wir uns so einmal. Wir sind jetzt hier vor Ort, wo die Bomben gefunden wurden, entschärft wurden und alles. Als Feuerwehrgemeinde für Einsatzleiter bedanke ich mich noch einmal bei allen Einsatzkräften, Feuerwehr, Rettungsdienst, THW, die Polizei, für die gute Zusammenarbeit. Es hat super geklappt. Das Entschärfungsteam hat schnell gearbeitet, sodass wir auch rechtzeitig Feierabend machen können und den Sonntag noch ein bisschen als ehrenamtliche Helfer verbringen können. Ja, für die Stadt Bad Oldesloh bedanke ich mich natürlich vor allen Dingen auch bei den Bürgern, die sehr diszipliniert mit den Evakuierungsmaßnahmen umgegangen sind. Wir hatten keinerlei Probleme heute. Dafür meinen herzlichen Dank. Und ich freue mich natürlich, dass Sie alle sicher in Ihr Zuhause zurückkehren können, um den Rest des Sonntags noch gemeinsam zu genießen.